Seid ihr herzlich willkommen! Was kommt Monat Juli auf dich zu und damit meine ich diesmal die Skorpiongeborenen? Erstmal schauen wir astrologisch an. Sonne befindet sich Anfang Juli nach indischen Berechnung noch in Zwillingen. Sonne beleutet etwas, bringt Klarheit, aber für die Skorpiongeborenen Anfang Juli ist noch etwas undurchschaubar. Erst dann ab Mitte Juli klärt sich etwas auf und kommt zu einer fließenden Bewegung. Merkur und Venus ist genau gegenüber im Stier und das spiegelt etwas. Und hier handelt es sich um die Handlungen, Gespräche, Termine, Verträge und mit Venus Energie natürlich um die Liebe Partnerschaft. Und es ist wichtig in dieser Spiegel schauen, weil das vermittelt etwas Wichtiges. Diese gegenüberliegende Position bedeutet auch die inneren Gleichgewicht. Und hier gibt es eine goldene Regel, nicht zu viel, nicht zu wenig. Entgegenkommen aber nichts übertreiben. Was die Mars Energie betrifft, bedeutet die Kraft, wo sollst du deine Kraft einsetzen? Du fühlst dich etwas überfordert oder fehlt die Orientierung, löst Unsicherheit aus. Mars kann auch eine männliche Person sein, wo die Begeisterung zwar da ist, auch die Mut und die Kraft etwas Neues zu starten. Aber doch entstehen solche Momente auch, besonders bei den Männern, wo dann überlegen, jetzt weiß ich auch nicht weiter, soll ich, soll ich nicht. In eine rechtliche Lage geht alles in eine schöne, fließende Bewegung. Wenn es um wichtige, schicksalhafte Entscheidungen handelt, dann sei noch etwas geduldig, bis die rückläufige Saturn zurückkehrt in der kreiszeitenden Steinbock. 13. Juli ist Vollmond und das bedeutet etwas und hat einen Einfluss von Nunki und dieser Stern Nunki bedeutet ein heiliger Ort, ein Kraftort. Oder ist wichtig, genau das anschauen, was dir gerade Kraft gibt. 28. Juli ist Neumond, Rückzug nach Denklichkeit, Meditation über zwischenmenschlichen Kontakten. 29. Juli ist Jupiter im Stillstand, dann wird Jupiter rückläufig. Das kann eine rechtliche Lage sein, wo alles stehen bleibt, aber hier ist dieser Rückblick, also etwas muss man anschauen oder überprüfen lassen. Und jetzt schauen wir an, was erzählen die Bilder. Aber erstmal möchte ich die Aufmerksamkeit dazu lenken, dass diese Legung eine allgemeine Legung ist. Besteht aber die Möglichkeit, diese Legung zu buchen, eine Monatslegung. Und das bedeutet, dann ist es persönlich, maßgeschnitten, passt genau auf deine Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wegen der Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was erzählen die Karten. Du kannst mit Veränderungen rechnen. Wenn du eine Dame bist, dann ist diese Wolke direkt vor dir. Wenn du ein Mann bist, oder dieser Mann ist dein Seelenpartner, dann ist diese Wolke in seinem Kopfbereich und das entspricht seinen Gedanken. Bei euch beide etwas noch undurchschaubar. Das kann eine Reise sein oder Auslandskontakte oder handelt sich hier um die Liebe. Aber hier klärt sich etwas auf, weil die Wolke verzieht sich und dann scheint die Sonne und macht etwas sichtbar. Was dieses Schiff betrifft, und das kann die Hoffnung sein, kann die Spiritualität sein oder eine Reise, Auslandskontakte, eventuell Internet. Und handelt sich auch um die Liebe. In die Liebepartnerschaft ist die Hoffnung da und die Störche zeigen hier die Veränderungen. Und das ist eine schicksalhafte Veränderung, weil hier erscheint dieser Kreuz. Und das kann auch eine karmische Liebe sein, denn euren Schicksalswegen kreuzen sie sich oder kreuzen sie sich wieder. Dieser Kreuz bedeutet auch die Glauben. Glauben an diese Liebe, das ist rein und sauber. Und die Fischen bedeuten zwar auch das Geld, aber bedeuten auch die inneren Werte. Diese Liebe ist wertvoll und bringt auch Glück. Dieser Kreuz kann auch Entscheidungen sein, weil ihr erreicht in eurem Lebensweg gerade diese Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Überlegen, wie soll das weitergehen, in welchen Richtungen. Und ihr beide seid mit diesem Kreuz in einer direkten Verbindung. Und dieser Baum bedeutet Sicherheit und Stabilität. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, wir sind in dieser Partnerschaft angekommen, hier fühlen wir uns verwurzelt oder verankert. All das, diese Beziehung, diese Liebe oder die Auslandskontakte, kommt in Öffentlichkeit, weil dieser Park bedeutet auch Ansehen und bedeutet auch die Öffentlichkeit. Entspricht deinen Gedanken, weil die Karten oberhalb in deinem Kopfbereich zeigen, Deinen Gedanken, deinem Kopfbereich zeigen, Wichtig ist die Sicherheit, Stabilität, die Öffentlichkeit und die Wahrheit. Und hier kommt die Wahrheit ins Tageslicht. Was so wichtig ist bei diesem Baum, Gesundheitsthemen oder Heilung oder Heilkraft oder Heilenergie. Und das Buch kann auch Fortbildung sein oder dein Heilwissen, dein Können. Das ist vielleicht sogar deine Berufung. Dieser Baum steht auch mit diesem Anker in Verbindung. Und Anker symbolisiert Stabilität, aber bedeutet auch Beruf, Berufung. Hier der Sternenhimmel kann Astrologie sein, Spiritualität sein. Das Buch, dein Wissen, dein Können, dieser Baum, die Heilkraft, die Heilenergie. Und dieser Blumenstrauß bedeutet die Kreativität, eine kreative Tätigkeit. Und hier in einer Linie erscheinen die Fischen und wie ich schon sagte, bedeutet auch Geld. Und hier liegt auch das Glück, das sind Gewinnchancen. Aber neben dieser Geldkarte erscheint dieser Turm, das kann auch Banken sein oder Finanzamt sein. Und hier plötzlich kommt ein Bescheid oder das wollen sie überprüfen, kann auch sein. Aber dieser Turm bedeutet oft Einschränkungen. Und so war im Frühling, hier waren finanzielle Einschränkungen da. Aber diese Sense entfand diesen Turm. Und hier kommt mehr finanzielle Stabilität. Und hier sehen wir auch die Bewegung. Diese Bewegung kann auch Sport oder Auto, wie zum Beispiel Autokauf auch sein. Und dieses Kind bedeutet hier dann die Neuigkeiten. Aber das Kind bedeutet oft auch Naivität. Also wenn du wirklich vorhast, hier etwas in Bewegung setzen, was deinen Beruf und deine Finanzen betrifft. Oder hast du vor, ein Auto zu kaufen, dann ist besser Schweigen. Dieses Buch bedeutet nämlich dann in diesem Fall Verschlossenheit. Weil wenn hier diese Naivität da ist und du erzählst es, dann sehen wir hier diesen Berg, die Sorgen oder Probleme und diese Kraft, die Kraftlosigkeit. Dass jemand versucht, dich dann zu nerven oder versucht, dich abzuraten von diesem Kauf. Und das raubt natürlich Kraft und Energie. Hier sehen wir diese Schlüssel. Und das bedeutet deine Selbstsicherheit. Besonders wenn du hier eine Dame bist, weil du stehst mit dieser Karte in einer direkten Verbindung. Hinter dir die Spiritualität, das Glück und die beruflichen Veränderungen. Und die Wege zeigen die Entscheidungen. Du kannst überlegen, wie soll das beruflich weitergehen. Etwas geht hier zum Ende. Und Mond bedeutet, du empfängst ein berufliches Angebot. Hier öffnen sich Türen, Chancen, Möglichkeiten für dich. Und hier sehen wir schon die Entscheidungen. Das Haus bedeutet, dein Zuhause oder sein Zuhause kann auch sein oder seine Familie. Weil er steht mit dieser Karte in einer direkten Verbindung. Das ist zwar ein schönes Zuhause oder kann auch Selbstständigkeit bedeuten, Arbeit von Zuhause. Dieser Blumenstrauß kann eine angenehme Überraschung sein oder dass er Gartenarbeit macht, verschönert etwas Zuhause. Aber in seiner Umgebung erscheint hier dieser schlaue Fuchs. Und das symbolisiert Falschheit, Lügen, Intrigen, falschen Personen. Und das kann eine Frau auch sein, weil diese Schlange symbolisiert zwar auch die Wandlung oder Heilung, aber auch eine Frau. Und diese Falschheit steht mit dieser Frau in einer direkten Verbindung. Und dieser Sarg kann eine ältere Frau auch sein. Oder handelt es sich vielleicht um familiären Themen, um Erbschaft. Hier kommen die Gespräche, sind aber verletzten Gefühlen dabei und erscheint hier bei dieser Angelegenheit diese Falschheit. Zum Glück sind hier die Mäuse. Und im Kartenlegen sagen wir dort, wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das heißt, die Mäuse entfernen diese Frau, das kann auch die Ex-Frau auch sein, legt hier die Ehering da. Oder die Mäuse entfernen diese Falschheit. Und hier sind auch die Gespräche und diese Falschheit. Und die Gespräche und die verletzten Gefühle bedeuten auch oft Lügen. Aber die Mäuse entfernen diese unangenehmen Karten und dann kommt mehr Freundlichkeit, andere Verbindungen. Was noch wichtig ist, diese Dokumente untersuchen, weil hier braucht man die Heilung, etwas muss klären. Hier ist auch die Reinheit oder die Reinigungsprozesse und das hat mit Geld etwas zu tun, eventuell mit Ämtern oder mit Gericht etwas zu tun. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche im Monat Juli erscheint hier. Veränderungen sind zum Erwarten. Du hast hier eine tolle Ausstrahlung. Zwischen euch beiden ist hier die Anziehungskraft. Die Wahrheit kommt ins Licht und du bist in die Öffentlichkeit. Bekommst du mehr Stabilität. Kommt etwas hier in Ordnung. Hier ist die Heilkraft, die Heilenergie. Sei etwas verschlossen, wenn es um Bewegung handelt, wie zum Beispiel Reisen oder Umzug oder Sport oder Autos. Sei nicht so gutmütig, so naiv, weil jemand beobachtet dich und vielleicht versucht, dich in eine andere Richtung zu lenken. Triff du selbst die Entscheidungen. Du kannst mit Neuigkeiten rechnen, kommt einiges in Bewegung und hast du wieder Kraft und Stärke. Dieser Berg kann die Probleme sein, aber dieser Sarg beendet diese Situation. Diese Karte symbolisiert auch die Wintermonaten. Das war nicht einfach, war schwierig. Kann sein, dass etwas oder jemand kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Und dann, zweite Woche Juli, was wir hier sehen, erscheint vor dir diese Wolke. Das macht etwas undurchschaubar. Aber bald scheint die Sonne und hier kommen die Veränderungen. Hier liegt die Hoffnung, aber dieser Schiff bedeutet auch Reisen. Das kann allerdings auch eine innere Reise, eine spirituelle Richtung auch sein. Hier sehen wir auch die Spiritualität und die Kreativität und Heilung. Das ist ein Beruf, Berufung. Hier öffnet sich eine neue Tür. Schulchancen, Möglichkeiten, hier sehen wir schon die Entscheidungen. Etwas geht zu Ende und das Kind kann ein Neuanfang bedeuten. Und Mond hat einen Einfluss auf deine Gefühle, kann aber auch deine Mama oder die Mütterlichkeit auch sein. Dritte Woche, Monat Juli, erscheint hier. Er macht Gedanken über dich. Er möchte mit dir etwas klären oder plant eine Reise mit dir. Er schaut die Liebe an und er hat das Gefühl, ihr beide habt hier eine schicksalhafte Verbindung oder trifft er schicksalhafte Entscheidungen. In Finanzen hat er Glück und du bist für ihn sehr wertvoll. Hier kommen ämtliche Themen oder Einschränkungen, das muss er regeln. Das hat mit seinem Zuhause oder mit seiner Familie, eventuell mit Immobilien, was zu tun. Er möchte kreativ arbeiten, eine Selbstständigkeit aufbauen, aber jemand beobachtet ihn. Und hier kommen Lügen, Intrigen, wahrscheinlich von dieser Schlange, von dieser Frau. Aber zum Glück, die Mäuse entfernen diese Karte und dann verbessert sich die Situation, kommt mehr zum Leidigkeit. Letzte Woche, Monat Juli, erscheint hier. Dieser Kreuz bedeutet euren Glauben oder euren Schicksal. Hier reinigt sich etwas in die Liebe, Partnerschaft, legt auch das Glück dabei, die Werten und verbessert sich die Finanzen. Aber von Ämtern kommt etwas, vielleicht etwas Unerwartetes und das hat auch mit Geld etwas zu tun. Oder hier im Hintergrund, diese falsche Schlange verbreitet etwas oder versucht ihn zu kontrollieren. Womöglichst will diese Frau Geld von ihm. Aber die Mäuse helfen dabei, diese falsche Frau zu entfernen. Und dann kommen andere Verbindungen und hier sehen wir auch diesen freundschaftlichen Umgang. Aber kann natürlich auch sein, dass die Mäuse etwas etwas entfernen, weil diese Frau will Geld entfernen von ihm, weil es stellt Geldforderungen dar. Kann auch sein, kommt eine Anzeige von dieser falschen Frau und hier dieser Amt überprüft seinen Finanzen. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.